Wir könnten hier Sachen verkaufen. Das, da, da. Warte. Komm hoch. Reite mich. Wo hast du das gefunden? Und damit willkommen zu Widget. Diesmal mit Maundano und Maxify. Dann viel Spaß mit dem Video. Warte, dann müssen wir uns auch vor unserem Vater hinstellen. Ja. Oh. Ähm. Hey. Hallo. Da war ich gehört. Also, falls du ein Kind hast. Das ist nicht gut. Wenn du ein kleines Kind hast, dafür sind wir da. Nein. Nicht dafür. Es ging so schnell. Hallo? Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Du kannst erkaufen. Vater. Du kommst nicht. Vater. Nein. Hä? Ihr Kind ist klingel. Wo? Mir ist kalt. Mir auch. Also, ich hab gehört, an warmen Orten kann man sich gut aufwärmen. Achso, ja. Am Lagerfeuer, meinst du? Oder geht's auch woanders? Geht auch hier. Das ist... Oh. Okay. Oh. Ich dachte, das war ein Geheimnis. Schau mal. Ich kann dich jetzt auch wär... Ich bin nur zum Wärmen da. Auf einmal war Fukushima und ich hab mich gewundert, warum. Ich bin nur zum Wärmen da. Jetzt. Hier, doch. Wow, da. Das Ziel musst du nochmal üben. Das sagt der Richtige. Oh. Wer kommt auch einfach nochmal in seinen Anfangsraum rein? Maxi. Ja, 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 ja. Komm mit. Ist gut, oder? Bum, 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 bum. Ich bin lila. Mein Kopf ist irgendwie cooler als dein. Ich bin schöner. Ich bin lila und hab ein pinkes Top. Komm mit. Wir könnten hier Sachen verkaufen. Das, das, das. Ja. Darf ich mich oben draufstellen? Warte. Komm hoch. Reite mich. Wo hast du das gefunden? Warte, 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 warte. Okay. Das ist da. Das ist da im Wasser. Das schaut nur mit dem Kopf raus. Das ist zwischen den Stein. Er verarscht mich. Das ist gar nicht. 3, 2, 1. Warte. Komm ich ins Portal? Oh. Oh, was? Du bist reingekommen. Wieso bin ich so schnell gewesen? Das trifft nicht. Lauf, Morda, lau. Das trifft nicht. Oh, ne, die unsichtbare Wand. Jetzt geht euch total. Und diesmal bin ich oben geblieben. Wow. Weißt du, dass dieses Teil sich unendlich schlecht steuert? Okay. Oh. Ich seh nicht. Kommt der Fett runter? Dann tue ich gar nicht. Ich bin... Wie passt du? Oh, null. Morda, hallo. Hey. Schöner Sonnenschirm. Danke. Passt gar nicht mehr zum Map. Das ist aber peinlich. Also irgendwie habe ich heute einen ganz guten Riecher, glaube ich. Oh. Passt ja da richtig gut rein. Ich rieche irgendwie... Feuer. Willst du nicht mal zum Kamin kommen? Kann das sein, dass ihr irgendwie eine Kerze seid? Nö. Ist irgendwie hier so. Warum denkst du das jetzt? Ich glaube, das ist eine Hexe. Ich wusste es. Ist hier noch eine? Nope. Ich rieche jetzt. Ich zeige beide hier. Da schau her, wir sind ganz normale Kerzen. Und wer ist das hier immer oben drauf? Niemand? Ich zeige beide oben drauf. Niemand? Es gibt keiner, komm. Hey, Maxi, 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 Maxi. Du darfst mich nicht. Ich bin klein und schlank. Krank und schlank. Hä? Oh, jetzt bist du weg. Ja, jetzt bin ich frei. Tja, wo ist das? Oh. Da oben. Da kommen keine Kerzen hin. Niemals. Da gehören Kerzen hin. Nein. Ich hätte den einen Haken nehmen sollen. Boah, das magische Portal. Schau es dir doch mal genauer an. Oh, das magische Portal. Ich kann mal den Chicken reinwerfen, oder? Nee, doch nicht. Hä? Ich habe gerade was ge... Hey? Was? Nein. Tschüss. Komm doch durch, wenn du dich traust. Nö. Hä, kleine Kerze? Zeig dich. Niemals. Nein. Hilfe. Slalom. Slalom. Das kann doch nicht sein. Dieses Eis. Ich treffe mich. Oh, komm schon. Nein, 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 nein. Ich treffe dich einmal. Ich treffe dich einmal. Oh mein Gott. Hier, hallo. Wo warst du? Ja, ey. Pufu wollte mich ganz schnell verraten. Er war auch in der Ecke. So, hast du eine coole Sonnenbrille wie ich? Oh, dann ist es super cooler. Hallo, seit wann trägt man im Herbst eine Sonnenbrille? Jetzt wird er mich wieder blamiert. Hallo. Ihr kleinen Pils. Oh. Mein Hühnchen riecht etwas. Glaub, das war nicht das Beste. Wer ist da gerade runtergesprochen? Was war das? Bist du gerade vom Baum runtergefallen? Ja, und? Da ist noch was. Komm her, Maxi. Kick mich nicht. Wir wachsen nämlich Hexen. Hier. Oh. Da ist eine Hexe wieder. Eine reife Hexe. Warum sind hier so viele reife Hexen? Ich komme. Nein, ich kam nicht hoch. Da, auf dem Dach. Das ist eine Dachhexe geworden. Ja. Leiter, funktioniere. Warum sind hier so viele fliegende Hexen? Ich habe einen U-P-Spot gefunden. Nein. Ich habe das Gefühl, das ist eine Haushexe. Ich bin eine Haushexe. Ich will keine Haushexen. Kannst du da nicht wieder irgendwie? Oh Mann. Wie, ihr seid jetzt wieder Baumhexen? Nein. Nein, Geschenkhexen. Warte, warte, warte. Wirst du das Geschenk nicht aufmachen? Ja, komm her. Pack ihn aus. Pack ihn aus. Hey. Ich versuch's. Ich versuch's. Nein, nicht auspacken. Ich versuch's. Danke. Nein. Es ist eine Hexe drin gewesen. Nein. Ich bin eigentlich recht offensichtlich. Ja. Okay, ich muss ein Beet machen. Irgendwie warst du doch echt offensichtlich. Oh, Snipe. Nein. Nein, 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 nein. Ich krieg sie nicht. Oh Gott, ich kann nicht mehr werfen. Meine Stärke ist weg. Da. Komm her. Bitte. Da, 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 da. Nein. Nein. Modano, Hilfe. Hilfe. Hier ist ein Einheimischer. Einheimischer. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Modano, Modano, Hilfe. Hallo, ja, hallo. Was ist denn? Jetzt hör doch auf. Ich seh doch nicht mal was. Was ist hier los? Hilfe. Was ist das hier für ein Bluthaus? Hilfe. Hilfe. Oh, nein, ha, ha, ha. Oh, ich hab rausgekriegt. Danke, danke. Weg hier. Nein. So, okay, ich hab dir geholfen. Aber ganz ehrlich. Ich glaub, die Tür ist kaputt. Du musst ein bisschen stärker gegen die. Oh Gott, ich hab dich verarscht. Ich glaub, ich hab mich echt hinter das Licht geführt. Ich will nichts kaufen, tut mir leid. Oh oh. Ich will nichts kaufen, tut mir leid. Nein. Ich hab das gesehen. Bleib sie stehen. Die Kerze muss brennen. Oh Gott. Hier ist... Da. Oh. Hey, erst mal gibt's hier ein Portal. Nein, du treffst mich. Du treffst mich. Oh. Ich treffe, ich treffe. Hey, hier ist ein Seestern. Okay, ich geh dann. Tschüss. Sehr richtig. Aber wo ist der Ball hin? Der ist doch gerade hier rüberflogen oder nicht? Warum grinst du so? Ich bin halt fröhlich. Fufu, ich... Glücklich. Fufu? Ja? Meinst du nicht, dass ich dich schon längst gesehen habe? Nee. Oh, fuck, du bist weg? Ich wollte extra so... auch cool machen. Hast du mich gesehen? Ich hatte dich gesehen. Ja, hast man ja gesehen. Ich wollte nur mit Maudadocons spielen und dich dann töten. Ja, die ganze Zeit. Aber jetzt bist du weg. Du warst die ganze Zeit auf dem Stein drauf. Man hat dich die ganze Zeit im Augenwinkel gesehen. Das war ganz... War ich gar nicht. Doch. Fufu ist aufdringlich. Ja. Hier ist ein Ball im Wasser. Ich will meine Freude mit dir teilen. Schau, wie ich leuchte. Oh. Oh, da hinten ist er. Ich kann... Hey. Ey, hier sind so viele Bälle, ne? Hey, ich will kein Eis. Ach, mein Nacken ging daneben. Oh, ich kriege ihn easy. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Ich lächle. Schau mal, schau mal. Wehe nicht, dass du lächelst. Guck traurig. Niemals. Ich kann nicht traurig sein. Maudadocon, helf mir. Maudadocon, ich seh dich. Nein. Alter, wie viel Leben hast du denn noch? Nein. Nein. Du hast gar kein Gesicht mehr. Wow, der ist richtig unglücklich. Bist du nach oben? Ja. Lütner. Das bin ich. Ich bin Ball. Ich bin Ball. Okay, sorry. Hihi, dumm Kopf. Hallo. Geh, da entsammt mal. Oh, oh, zwei. Das schaff ich nicht mehr. Eins. Ich hasse es. Mann, dieses Eis. Ich kann damit nicht werfen. Das trifft nie. Ich kann eine Pizza werfen. Kann ich ganz kurz rausgehen? Machen wir einfach nicht bereit. Hast du fünf Sekunden. Wow. Okay, schnell. Ich bin bereit. Wow. Oh, wir dürfen zwei treten. Oh. Endlich. Alter, guck mal. Dein Bauch leuchtet. Dieser Reifen im Dunkeln. Echt? Ja. Oh, das ist eine Lampe. Alter, der leuchtet extrem. Ja, ich mach. Ja, aber wirklich. Legt er sich vielleicht in der Sonne auf? Guck mal, der Bauch leuchtet. Stimmt. Mal da, dann versteck dich einfach wieder. Ja, komm. Hier, versteck dich. Okay, okay. Geh ein bisschen weg. So, jetzt kannst du gucken. Ich hab das Gefühl, du hast dich gar nicht bewegt. Hey, hey. Hä? Das war ein Aske zum Versteck. Ach man, der hat mich einfach enttarnt. Hä? Hä? Groß. Hä? Du musst gewinnen, Maudado. Oh, da ein Buch. Ich hab dich echt nicht gesehen gerade. Wie du runtergefallen bist. So, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wenn ihr jetzt noch mehr Widgets sehen wollt, ist links ein Video. Sonst ist rechts mein altes. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.